Whenever the fasten seatbelt signs are on, you must return to your seats and fasten your belts securely. Please, welcome to the trip, we have connection 14, 13, 11. I'm the captain MC Simon and we are welcome here on the trip. And you know we are going to have to fly to Rio. So please put on your fasten seatbelt and check that out. Das ultimative Trio, das sind wir. Machen wir das dicke Cash, fahren wir mit unseren Tosen nach Rio. Gebucht wird direkt am Airport Fule. Was dachtest du denn, wir sind die Connection? Das ultimative Trio, das sind wir. Machen wir das dicke Cash, fahren wir mit unseren Tosen nach Rio. Gebucht wird direkt am Airport Fule. Was dachtest du denn, die BR Connection, das sind wir. Jeden Tag sind wir am rappen, aufnehmen im Studio, das über ein paar Wochen. Was dachtest du denn, von nichts kommt nichts. Meinst du, wir produzieren hier umsonst, es kostet viel Kraft, Ausdauer. Jeden Tag gibt's nur 100%, wenn nicht, dann halt mehr, so dass es fließt. Über die Zeit bist du ausgepowert, musst dich erholen. Träumen wir nicht alle vom Strand, Sonne und dem Meer. Also bitte, wir sind kein Spendenverein. Ihr zahlt nur die Qualität der BR Connection. Die Arbeit solltest du zu schätzen wissen. Kauf dir die Scheibe, lass das Downloaden sein. Ich weiß, dass jeder saugt, nicht jeder Track von der Qualität was taugt. Deshalb rate ich euch, den Shit zu bestellen. Dann wird die Qualität dir erhalten bleiben. BR Connection, ich will ja gar nicht übertreiben. Aber wir sind die Newcomer, die was reißen. Hörst du mich? Kannst du das begreifen? Die Scheibe musst du zahlen oder du willst es nicht haben. Das ultimative Trio, das sind wir. Machen wir das dicke Cash. Fahren wir mit unseren Tusen nach Rio. Gebucht wird direkt am Airport Fule. Was dachtest du denn, wir sind die Connection? Das ultimative Trio, das sind wir. Machen wir das dicke Cash. Fahren wir mit unseren Tusen nach Rio. Gebucht wird direkt am Airport Fule. Was dachtest du denn, Libia Projection, das sind wir. Ihr fahrt durch euer Hood mit dem Golf, wir mit dem Land Rover. Für euch reichen 16 Takte, ein Part und ihr seid Game Over. Für das Game seid ihr zu leise, spielt euch auf wie der Hahn auf dem Mist. Bringt nichts zustande, außer einen großen Haufen. Hört hin, ein Diss. Wenn ich will, spiel ich meine Spiele. Wie der Typ bei Saw nur anders. Ich bin der Psychopath im Trio. Heute so, morgen mal anders. Kommt drauf an, auf die Stimmung, wie es mir grad gefällt. Ich könnte dich gleich zerstören oder extra, jetzt gibt's Kopfgeld. Ich kenne viele MCs, die drauf haben, die richtig was können. Wenn ihr Rap hören wollt, BF Connection, Mixtape 2, 6. Solltet ihr euch gönnen. Der Sound, der aus Hamburg kommt, der Shit, der die Massen bewegt. Wenn das Trio am Werk ist, wird gebaust, bis die Halle beht. Die Weiber drehen durch, sie wollen uns am Stück. 1, 2, 3, bei 3 wird gefickt. Das ultimative Trio, das sind wir. Machen wir das dicke Cash. Sparen wir mit unseren Tusen nach Rio. Gebucht wird direkt am Airport Fule. Was dachtest du denn, wir sind die Connection. Das ultimative Trio, das sind wir. Machen wir das dicke Cash. Sparen wir mit unseren Tusen nach Rio. Gebucht wird direkt am Airport Fule. Was dachtest du denn, die BF Connection, das sind wir. Zum Trio gehören drei. Deshalb bin ich als Ghost MC dabei. Mein Gebiet ist Sound, den lieb ich hart. Den Sound tauften wir Hamburg Sound. Er trifft, er schlägt ein wie der Blitz. Schritt für Schritt tasten wir uns ran. Ran an die ganz Großen. Keiner von uns macht sich in die Hosen. Gehören wir nicht langsam auch zu den Großen? Immerhin haben wir einiges anzubieten. Du bekommst nix geboten. Vergiss die anderen Idioten. Check das Trio der BF Connection. Bei uns kriegst du was geboten. Rap vom Feinsten. Lyrics zum Nachdenken. Mit unseren Shit kannst du dich ablenken. Die anderen können dich mal am Arsch lecken. Zeig stolz. Fang an, dein Ghetto zu verteidigen und zu repräsenten. Das ultimative Trio. Die Durchstarter. Machen wir das Cash. Geht's ab nach Rio. Urlaub machen. Dann ist alles Chico. Check das. Bies. Das ultimative Trio. Das sind wir. Machen wir das dicke Cash. Fahren wir mit unseren Tosen nach Rio. Gebucht wird direkt am Apple Foolin. Was dachtest du denn? Wir sind die Connection. Das ultimative Trio. Das sind wir. Machen wir das dicke Cash. Fahren wir mit unseren Tosen nach Rio. Gebucht wird direkt am Apple Foolin. Was dachtest du denn? Die BIA Connection. Das sind wir. Das ultimative Trio. Das sind wir. Machen wir das dicke Cash. Fahren wir mit unseren Tosen nach Rio. Gebucht wird direkt am Apple Foolin. Was dachtest du denn? Wir sind die Connection. Das ultimative Trio. Das sind wir. Machen wir das dicke Cash. Fahren wir mit unseren Tosen nach Rio. Gebucht wird direkt am Apple Foolin. Was dachtest du denn? Die BIA Connection. Das sind wir.